Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Besprechung beim Tele-Stammtisch und zwar von Ein klebriges Abenteuer Daffy Duck und Schweinchen Dick retten den Planeten Der Film startet am 01.08. und geht 85 Minuten Ich bin der Sven und bei den Wörtern Klebrig, Alt und Welten retten Wen hätte ich da natürlich immer gern an meiner Seite? Den lieben Stu Hallo! Hallo, ich bin ein bisschen überrascht dass diese Vorstellung gleichzeitig liebeswürdig wie beleidigend war Hast du gut gemacht, doch? Ich hab mir Mühe gegeben Nach etwa 147 Kurzfilmen in den 30ern bis 60ern Jahren plus 16 weiteren und zwei 3D-Filmen bekommt die Ende mit der feuchten Aussprache und Schweinchen Dick ihr eigenes Abenteuer Ich hab nur den Trailer gesehen Aberst du hat den ganzen Film geschaut und wir haken natürlich nach Doch zuerst Wie stehst du zu den Toons? Und Wer sind deine Lieblinge? Ja, also Ich würde Ich würde jetzt sagen Ich bin ein Fan der Looney Toons Ich gucke mir die unglaublich gerne an Vor allem die Klassiker Ich hatte in den letzten Jahren als Looney Toons Fan eine schwere Zeit Denn sie wurden zwar durchaus von Warner weitergeführt mit neuen Serien und Filmen Aber seien wir ehrlich Space Jam ist kein richtiger Looney Toons Film Das ist ein Michael Jordan Film Space Jam 2 War einfach nur ein Werbespot für den HBO-Streaming-Dienst Max Nicht weiter Back in Action von Joe Denti war dann noch so ein Lichtblick Auch wenn nicht alles Gold war, was glänzte Und die letzten Serien, die sie rausgebracht haben waren auch okay Aber mir fehlte immer so diese Subversive dieses Anarchische der alten Cartoons Die auch heute für mich immer noch blendend funktionieren Und warum ich mich auf diesen Film so gefreut habe ist, mein Lieblings-Looney Toon ist Daffy Duck Denn wie kann man Daffy Duck nicht lieben? Naja Es geht Es geht Also meine Looney Toons sind doch tatsächlich Also ich liebe Ich liebe den Kojoten Und hasse den Roadrunner wirklich aus tiefstem Herzen Aber ich meine Dann ist es für uns beide doch genauso Für uns beide gleich tragisch Dass dieser Kojote vs. Ecme Film vermutlich nie erscheinen wird Das ist so tragisch Wirklich Ja Also Das ist mein Herz tatsächlich Ich habe mich so drauf gefreut Und dachte noch Als du das erzählt hast Dachte ich Hey geil Da habe ich echt Bock drauf Aber ja Die Misere der letzten Jahre Ist wirklich Ist wirklich sehr tragisch Finde ich auch Die haben Qualität Und einmal ja auch Ja Wobei letzte Jahre klingt ja auch so Als wären es so zwei, drei Jahre gewesen Aber es ist ja schon länger Ja Es sind glaube ich mehrere Dekaden Also ich würde sagen Klar Es kommt immer das Argument Aber es gibt auch Space Jam Und ja Ich habe als Kind Space Jam Auch abgefeiert Aber wenn man älter wird Erkennt man halt Dass Space Jam halt wirklich Kein Looney Tunes Film ist Weil die Looney Tunes da einfach Wirklich Nicht wirklich im Zentrum stehen Wenn man mal ehrlich ist Und sie machen auch Sachen Die Looney Tunes nicht machen würden Und So bleibt mir halt Und die wahrscheinlich auch einfach Nur wenn man Bock drauf hat Auf YouTube sich alte Clips anzugucken Ich sage nur Entensaison Deine Hasensaison Und Ich war halt auch überrascht Jetzt dass dieser Film hier Überhaupt in die Kinos kommt Denn In Deutschland Ist es das aktuell Das einzige Land In dem der Film startet Also auch in den Kinos Wir waren sogar das erste Land Das diesen Trailer Zu Gesicht bekommen hat Der Film hat ansonsten Stand eben Wo wir es jetzt aufnehmen Bis kurz Vorm deutschen Kinostart Auch kein Release Termin Für die Vereinigten Staaten Und Warner hat es ja in letzter Zeit Öfters so gemacht Dass sie Sachen hergestellt haben Und dann aber verkauft haben Zum Beispiel gab es ja auch So ein paar Batman Zeichenbrick Filme Die ja dann zum Beispiel Prime Video sich geschnappt hat Und ich habe durchaus das Gefühl Dass hier ein klebriges Abenteuer Vielleicht auch so ein Projekt war Was sie eigentlich loswerden wollten Und haben dann vielleicht Nicht genügend Interessenten gefunden Weil die Looney Tunes Dann eben nicht mehr so groß sind Wie die Was ich 1950 waren Und versuchen es jetzt Den hier in die Kinos zu bringen Was ich ja gut finde Also ich habe mich ja wirklich gefreut Weil dieser Film Kam ja wirklich aus dem Nichts Also vor drei Wochen Kam der Trailer raus Ich dachte Hä? Und dann saß ich dann Vor ein paar Tagen im Kino Konnte mir den Film angucken Und meine Vorfreude war groß Auch Und das möchte ich ja auch noch anmerken Ich ein Problem habe Denn die Looney Tunes Sind natürlich Unglaublich viele Figuren Und ich muss leider sagen Also Schweinchen Babe Ist halt mit die ödeste Finde ich Schweinchen Dick Ja stimmt Ach Babe habe ich jetzt gesagt Ja Du bist bestimmt auch so einer Der immer gedacht hat Aus dir könnte man eine feine Leberwurstpastete machen Nein Aber ja Verstehe ich auch Warner hat sowieso Ganz komisch Die fanden sowieso Eine relativ komische Politik Aber das ist auch schon Sehr sehr lang Aber nichtsdestotrotz Worum geht es denn Im klebrigen Abenteuer Ja Im klebrigen Abenteuer Wird die Geschichte von Duffy Duck und Schweinchen Babe Erzählt Die zusammen bei Farmer Jim Aufgewachsen sind Und als der Farmer sie dann Quasi verlässt Müssen sie auf die Farm Beziehungsweise das Haus Aufpassen Und Überraschung Das schaffen sie mehr so Schlecht als recht Sie brauchen deswegen Recht schnell auch Geld Und das finden sie Wie genau Durch einen Job Und nach einer längeren Jobsuche Finden sie dann ihren Traumjob Nämlich in der Kaugummifabrik Der Stadt Und dort finden sie aber heraus Dass ein außerirdischer Schweres Wort Versucht Den Planeten Anscheinend zu übernehmen Mit der Hilfe Eines Ja Kaugummis Vielen Dank Ja Was mir zuerst aufgefallen ist Ist natürlich die Optik Ich persönlich mag nicht Wenn es alles so Super clean aussieht Das passt dann auch Finde ich so nett Zu den Lonitons Da geht auch viel Atmosphäre verloren Aber diesmal ist es ja eher so Sie haben es in diesem Klassischen Look gehalten Ja Also es ist wirklich klassischer 2D Look Du erkennst natürlich den Unterschied Zwischen einer Serienfolge Oder einer klassischen Lonitons Folge Und jetzt diesem Kinofilm Das ist alles schon ein bisschen Polierter und sauberer Gezeichnet Aber es hat schon diesen Eher klassischen 2D Look Sie spielen Hin und wieder mal mit so kleinen 3D Elementen Nicht großartiges Aber wer halt wirklich Mehr Fan ist Von diesem Klassischen Look Der wird hier Voll Umfällig Auf seine Kosten kommen Definitiv Das nächste Was mir so Eingefallen ist Ich meine Ich mag Duffy auch Gerne Aber 86 Minuten Ein ganzer Film Weiß ich nicht Wie hoch ist da Die Die Nervdichte Sozusagen Dass du irgendwann Vielleicht auch mal Den Kanal voll hast Und denkst Um Gottes Willen Sei ruhig Oder ist es schön Verteilt Ja Ich Bin halt wie gesagt Großer Duffy Duck Fan Ich finde die sehr witzig Aber auch ich muss leider sagen Vielleicht Funktionieren die Looney Tunes Wirklich am besten In so einer Cartoon Form In so einer Kurzfilm Form So zwischen 8 und 12 Minuten Weil Diese 80 Minuten Also 80 Minuten Plus nochmal Abspann Die erstrecken sich halt wirklich Es ist lang Es fühlt sich sehr lang an Es fühlt sich wie Kaugummi Passenderweise Sehr zerdehnt an Es hat eine ganze Zeit lang gedauert Bis ich irgendwie das Gefühl hatte Okay jetzt sind wir zu dem Punkt gekommen Wo sie endlich mal die eigentliche Handlung etablieren Worum es eigentlich geht Das funktioniert für mich wirklich gar nicht Ich kann mir vorstellen Dass vielleicht jüngere Zuschauer Das ein bisschen interessanter finden Wobei da natürlich die Frage ist Der Film startet in dem Sommer Wo gerade die Minions Alles steht Kopf 2 Garfield und so Halt auch laufen Also alles sehr starke Konkurrenz Und ich glaube Ich male nicht zu sehr schwarz Wenn ich sage Die Minions werden Kinder mehr anziehen Als Daffy Duck und Schweinchen Babe Ach dick Verdammt Ist schon okay Wenn du den Film magst Kannst du das gerne mit einbringen Ja gut Bei den Tuns kracht es ja auch immer gewaltig Und es herrscht Anarchie und Chaos und Hektik Gibt es auch mal so ein bisschen ruhige Elemente drin Die einen Gerade so für die älteren Zuschauer Die vielleicht mit den Kids da reingehen Wo man denkt Oh Gott sei Dank Jetzt mal 5 Minuten Piano Nein Also es gibt natürlich das Also sie wissen schon Die Macher dass sie einen Film haben Sie müssen natürlich eine Art von Entwicklung reinbringen Also zum Beispiel ist ein großes Thema Das Schweinchen Dick Und Daffy Duck halt Immer wieder versuchen Gemeinsam irgendwie was zu erreichen Aber durch Daffys Inkompetenz Ist immer dazu führt Dass sie dann doch scheitern Und das Wurmt Schweinchen Dick Natürlich immens Und irgendwann kracht es halt auch Das ist so dramaturgisches Einmal eins So ein bisschen so Zweckmäßig Pflichtschuldig für das abgehandelt Das hat für mich aber nicht funktioniert Eben halt Weil der Film Einfach nicht Also es wirkt halt wirklich Wie so eine klassische Looney Tunes Episode Die aber eben aufgebläht wurde Auf 80 Minuten Dazu Und das ist eben auch schade Es kommen halt wirklich Keine anderen Figuren vor Aus den Looney Tunes Es gibt noch Petunia Dick Also quasi das weibliche Pendant Zu Schweinchen Dick Ich weiß gar nicht Ob die jetzt in den klassischen Looney Tunes dazugehört Und man muss auch sagen Sie machen nicht einen Fehler Und stilisieren sie So fatal mäßig Wie Lola Bunny in Space Jam Aber insgesamt Gibt es da wirklich Sehr wenig Andere Looney Tunes Figuren Zu entdecken Der Bösewicht Ist halt so ein klassisches Böses Alien Da gibt es auch eine Art Plot Twist Die ich nicht vorwegnehmen will Aber muss man auch sagen Dieser Plot Twist Ist halt einfach nur Wieder so ein So ein Werkzeug dafür Um mal diesen Film Irgendwie auszuweitern Auf 80 Minuten Weil Wenn du wirklich All das Rauskürzen würdest Was einfach nur Ballast ist Für diese Geschichte Dann hättest du wirklich Eine klassische 10-15 Minuten Folge Looney Tunes Aber da ist halt so viel drin Um das aufzublähen Und das tut dem Film Echt nicht gut Und es tat mir in der Seele weh Weil ich mag die Looney Tunes Ich hab mich so gefreut Als der angekündigt wurde Ich hab mich so gefreut Als ich im Kino saß Und ich war halt wirklich Sehr enttäuscht Als ich rauskam Der hat bei mir Einfach nicht wirklich funktioniert Ich hab mir danach Nach der Sichtung Ich muss dazu anmerken Dass meine Heimfahrt Wegen der Deutschen Bahn Eine Odyssee des Grauens war Deswegen war meine Launa In dem Tag Echt richtig Deep down Habe ich mir dann abends Dann nochmal Auf YouTube So ein paar klassische Cartoons angesehen Und die sind halt einfach So viel besser Als das jetzt Und wenn man wirklich Richtiger Hardcore Fan Von denen ist Von Schweinchen Dick Und Daffy Duck Dann Sag ich Leute Unterstützt das Geht ins Kino Aber Das muss man auch mal sagen Der ist halt gut animiert Aber der sieht auch nicht aus Wie ein Kinofilm Der sieht halt wirklich aus Wie ein Film Den Warner sonst vermutlich An Prime Video abgegeben hätte Oh okay Der Humor Ist der nur auf Kinder gemünzt Oder könnten da auch Vielleicht doch Ein paar Erwachsene Mit leichter Humor Grenze Ihren Spaß haben Also so wie ich Ja Es ist halt schon Dieser klassische Looney Toons Humor Aber er geht halt Nie so richtig weit Dieses Dieses exzessive Fehlt dann manchmal auch Also im Prinzip Läuft es halt immer gleich ab Die beiden kommen Irgendwohin Zum Beispiel in die Kaugummifabrik Und Schweinchen Dick Schafft es dann Sich da sofort zu etablieren Und versteht auch alles Und dann kommt aber Daffy Und aus dem Nichts Hat Daffy dann So coole Ideen Wie zum Beispiel Hm Ich könnte jetzt Diesen Hebel einfach ziehen Oder ich könnte bei dem Holzhammer draufhauen Und das ist halt Daffy Duck Also wissen wir was Das ist halt witzig Aber wenn das halt Du das dutzende Mal Inhalb von 20 Minuten siehst Verpufft das eben auch Und das ist eben das Schöne An den klassischen Cartoons Da hat Daffy Duck zum Beispiel Mit Bugs Bunny Eben ein gutes Gegengewicht Ein Kontergewicht Das funktioniert halt Wesentlich besser Ich sag nur Hasensaison Entensaison Und ich finde Schweinchen Babe Ist da eher ein undankbarer Charakter Und ich meine Mich erinnern zu können Dass ja auch damals Schweinchen Babe Irgendwann in den klassischen Cartoons Auch ausgetauscht wurde Mit Elmar Fatt Der ja auch wesentlich Besser Daffy Duck Funktioniert Weil es tut mir leid Liebe Schweinchen Dick Fans Schweinchen Dick ist einfach Eine sauöde Figur Hm Aber du hast trotzdem Wieder zweimal Schweinchen Babe Gesagt Ich liebe Yes Sorry Auch ich will meinen Spaß Gut Damit hast du eigentlich Tatsächlich Die letzten Die nächsten Fragen Alle abgearbeitet Für Welts Zielgruppe Also ist es halt Wirklich nur Für die kleinen Kids Die sich es vielleicht Wahrscheinlich einfach Auch nicht angucken Weil sie halt Eher Minions Fans sind Gut Ein Fazit hast du eigentlich Auch schon abgeliefert Im Grunde genommen Wenn du nichts mehr hast Dann würde ich Den Deckel drauf machen Ja Es tut mir wirklich leid Dass ich das sagen muss Aber für mich hat der Film Nicht funktioniert Und ich wiederhole es gerne nochmal Ich mag die Looney Tunes Ich habe mich sehr darauf gefreut Das war wirklich Als diese Ankündigung kam Da dachte ich Wahnsinn Ich bin im Himmel Sie kommen zurück Aber ich kann mir nicht vorstellen Dass dieser Film Auch nur annähernd Dazu beitragen wird Dass wir in Zukunft Richtige neue Looney Tunes Cartoons bekommen Leider Gottes Weil Das ist eben das Harte daran Die Looney Tunes gibt es noch Aber letztlich sind es nur noch Maskottchen für Warner Und nicht mehr diese subversiven Anarchischen Comic Figuren Die Zeiten haben sich geändert Aber hey Die Klassiker bleiben uns erhalten Und ganz ehrlich Ich gucke mir lieber 3000 Mal Entensaison Hasensaison An als mir noch einmal So einen Minions Film Anzugucken Von daher Das sei nochmal hier Ein kleiner Schlag gegen die Minions Ansonsten hast du recht Ich habe eigentlich alles gesagt Mit meinem Fazit Wenn ihr große Fans seid Dann wie gesagt Geht da gerne rein Denn das sollte auch gesagt sein Ich habe den mit Leuten Zusammen geguckt Und da waren auch welche dabei Die fanden den ganz ganz toll Das sollte auch gesagt sein Also es ist jetzt auch kein Komplettes Debakel Aber für mich persönlich Hat es einfach nicht funktionieren wollen Und das finde ich halt echt schade Und ja es hat mich Ich war vielleicht auch ein bisschen Von mir selbst enttäuscht Das tut mir leid Ich weiß Nee Tut es nicht Nein Ist gelogen Aber ich muss es sagen Ja Okay Dann Ihr habt gehört Macht euch selbst ein Bild Ja Uns gibt es überall Wo es Likes gibt Folgt uns Lasst ein Abo da Kommt auf den Discord-Server Der Link dürfte wahrscheinlich Irgendwo da oben sein Und bei www.tele-stammtisch.de Gibt es Alle Folgen Ich beende es klassisch That's all folks Und dann Darf der liebes du Ciao ciao Bis zum nächsten Mal Bis dann Leute Tschüss Sehr geehrte Damen und Herren Wertes Publikum Liebe Hörende Vielen Dank Für eure Aufmerksamkeit Und Zeit Ich hoffe es sehr Euch hat gefallen Was ihr gerade gehört habt Wir als Redaktion Des Tele-Stammtisch Betreiben ein Semiprofessionelles Podcastprojekt Zum Selbstmitmachen Also meldet euch bei uns Wir beißen auf Außerdem freuen wir uns Immer über Feedback Via Social Media Und E-Mail Sowie euren Finanziellen Support Ebenso froh locken wir Förmliche Bewertungen Auf den gängigen Podcastplattformen Wer möchte Darf uns gern Immer und überall Empfehlen Alle relevanten Links Findet ihr in den Show Notes Vielen Dank Und bis zum nächsten Mal Euer Andi Vielen Dank Applaus